Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind ja im Aufzug und werden es mal wissen, erfahren, wer dieser ungewöse Fist ist. Du, jetzt sterbe wie einer. Meine Kämpfer auf dich warten. Meine Kämpfer? Trämpfer auf dich warten. Meine Kämpfer auf dich warten. Jeweil da! Das ist einfach nicht am Schluss, oder? Ich hör dich doch, Super Mutant. Eventuell, ich hab da jetzt eine andere Waffe aufgesinmelt. Und zwar... Das hier. Ein leichtes Scharfschützengewehr. Ich hab ja noch eins gehabt. Bayonett abgestimmt 37. Okay, aber ist okay. Das kann... Wieder weg, weil ich kann es gerade nicht tragen vom Platz her. Warum kein Kübelkopf hier? Die würden die Beine abreißen. Äh, Eifer! So! Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Bleibbar? Hey! Sag einfach Bescheid! Hol das Gewehr! Hört sich nach einem Plan an! Ich hab doch mal Felsenbewerb! Halt mal dann wohl noch mal das Gewehr! Halt mal alles Gewehr! Was du schon heißt! Eigentlich nicht! Was? Du warst so gut, wenn wir wieder super Mutant! Wir nicht da sein! Hey! 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 Schlechter als meine Beinschiebe. Schlechter als meine Beinschiebe. Ich kann eine Gegenstand eh nicht ausüben. Wir werden einfach zerlegen, sobald wir es bleiben. Ich bin super glatt. Wow, der reißt gerade Aufnahmen ab. Hier haben wir das Bein weggeschossen. Wow. Ich muss noch mal einen Stimmpack reinwerfen. Ich weiß, ich lasse vieles an Waffen zurück. Wow. So. Ist weg. Sein Krogege erwischt man auch. So. 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 nur noch zu wählen. Sesam, öffne dich. Hallo? Jemand zu Hause? Hey. Ich hab da was für dich. Du bist das mal. Mal, ich glaub auch nicht, dass du die tragen kannst. Nee, kann ich hier noch nicht mal zumeisen. Ja, wir sind da. Wir werden jetzt direkt zu euch. Ja, wir sind da. Ach, na. Guck mal hin. Warte, Viper. Wow. Ich schau mir auch noch eins rein. Wann hat die Alte rum? Einer? Was ist denn da oben noch? Was ist denn da oben noch? Ah, da. Okay, den haben wir. Oh, wir müssen mal gucken, ob wir zu... ...zu den anderen kommen. Was ist denn da oben? Lass mal hier hoch. Geh den. Kann ich jetzt gerade so nicht treffen? Wow. Der hat den Mini-Gun. Der hat den Mini-Gun. Oh, das ist Piss. Okay. Oh, ich bin nachher. Wow. Der Typ ist aber echt ne harte Nummer. Das war ein Kunstgewurf der besonderen Güte. Da hat er mir den Kopf weggesprengt. Da haben wir uns so gut durch die Mutanten gekämpft. Der letzte. Der Ober-Mod. Der war dann doch nicht mehr unterbreitet. Du halten Klappe weil jetzt weiß ich wo du bist. Nein ich bin immer noch nicht verschwunden. Ich komme jetzt persönlich um die Libiden zu nehmen. Ich bin immer noch nicht mehr unterbreitet. 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 Ich bin irgendwie bei der Aufzugfahrt eben kürzer. Weißt du nicht auch? Einfach? Hallo? Ich glaube der Rudler hat auch was gerade mit der Lenklinie die Slade zu tun. Hey. Sag einfach Bescheid. Piper. Hey. Hier. Damit du wach bleibst. Funktioniert bei mir immer. Oh danke. Was meinst du? Ein Reporter ist nur dann erfolgreich wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ist zwischen uns alles in Ordnung Piper? Naja schlecht läuft es nicht. Denn glaub mir das wüsstest du dann. Aber es könnte wohl besser sein. Das war alles. Sicher. Ja. Okay. Ich werde die Folge jetzt mal beenden und dann den Speicherpunkt nochmal neu starten. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Ciao.